30 Sekunden, warum soll man den Wandel und Sie, Dora Blanke, wählen? Die erste Antwort, es geht nicht um die Dora Blanke, es geht um die Gemeinschaft der Wandel. Wir sind sehr viele. Warum soll man den Wandel wählen? Weil wir wirklich ernsthaft für die nächste Generation ein schönes Programm haben, dort arbeiten, konsequent zu unseren Jahren, jeden Tag. Wir keine Symptombekämpfung machen, sondern Ursachenbekämpfung und wir auch den Wund haben, dass es auch zufrieden und anzugehen. Und das ein einziger richtiger Beitrag ist für die richtige Generation. Es geht nicht mehr mit Lügen und Beruhigen und keine Wunsten stopfen. Es muss wirklich bei den Wurzeln angefangen werden, verhalten. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke. Danke.